Rembrandt von Rhein, kurz Rembrandt, polarisiert schon zu Lebzeiten die Kunstwelt. Viele Zeitgenossen lieben seinen eigenständigen Stil, Anhänger des Klassizismus lehnen ihn allerdings ab. Ihrer Meinung nach erfüllt er nicht die Anforderungen einer akademisch korrekten Malweise. Der junge Rembrandt besucht sieben Jahre lang die Lateinschule in Leiden, wo er die alten Klassiker kennenlernt und Grammatikunterricht erhält. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von drei bis zehn Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. darin Untertitelung des ZDF, 2020